Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary Lara ist nass Und das wird schon mal die Einstellquoten erhöhen Also meine lieben Freunde, ja Wir sind hier immer noch bei diesem komischen Wassertempelartigen Rätsel Und ja, ich habe jetzt die Lösung gefunden Dafür müssen wir jetzt, dürfen wir jetzt den Wasserstand noch mal ändern Yippie Achso, ich muss ja gar nicht hoch Aber kein Problem, wir sind es ja schon gewohnt Und ich dürfte es dann nicht mehr runterfallen, weil ich jetzt weiß, wie man hier besser hochkommt Juhu Also, ups Falt den Knopf gedrückt Also, wir müssen Müssen Das Ding noch mal in die Mitte schaffen Die, ähm, ähm Aber Moment Shit, mir fällt grad was auf Mir fällt grad was richtig Blödes auf Naja Egal Tun wir so, als hätte ich das gerade gar nicht bedacht Wir werden es trotzdem jetzt einfach mal machen Und das Ding wieder in die Mitte holen Weil ich komme ja gar nicht auf die erhöhte Plattform rauf Hm, na müssen wir mal gucken Vielleicht gibt es doch irgendeine andere Technik, die man eigentlich anwenden soll Werden wir vielleicht sehen Vielleicht aber auch nicht So, meine liebe Plattform Och, Witz Oh ne, jetzt kriege ich ja gar nicht mehr von hier, wa? Äh, was hat das überhaupt zu bedeuten? Den nehmen wir ja auch nochmal irgendwie da Vielleicht stürzt das runter und ich habe eine Plattform, womit ich rüberkomme aber nöööö, denkt ihr das Spiel Wozu denn? Scheiße Jetzt haben wir Jetzt habe ich natürlich verspielt Ne, habe ich doch nicht Äh, vielleicht soll man jetzt natürlich Das kann natürlich gut sein Was tue ich eigentlich? Warum kommt der jetzt hier hoch? Vielleicht muss man irgendwie den Rückweg hier benutzen Irgendwie hier durch wieder zurückkommen Aber die da Ist ja zu hoch Sind voll viel Verstecke drin Wie kommt man da denn hin? Mann, ich muss hier irgendwie hochkommen Ah Das ist doch scheiße Unsagbar scheiße Warum kommt der auch nirgendwo hoch? Wieder Wieder mega hochgepackt Das hätte ich jetzt ausnutzen können Und wieder noch mehr hochbacken können Als ohnehin schon, aber Da wollte das Spiel nicht Achso, jetzt komme ich natürlich über die Plattform noch hoch Stimmt, aber es ist trotzdem kacke Ja, nämlich deswegen Nein Weil ich dann ja keinen Rückweg habe Oder was heißt Rückweg? Hinweg Wenn ich das wieder in die Mitte schiebe Was ich jetzt auch trotzdem Oh ne, oder? Ne, oder? Oh no So, geht doch Also Oh Gott, das funktioniert doch vorne und hinten nicht Mann Obwohl doch vielleicht schon Ich wollte gerade sagen Ich führe irgendwie Einzelgespräch Aber das ist Bei Let's Plays glaube ich so Ich glaube, das ist der Sinn dahinter Ich bin so einsam Aber ist egal Mann, ich will das dann nicht Was hat das zu bedeuten, Mann? Oh, jetzt Jetzt kriege ich immer das Oder warum Witz Das ist doch ein Witz Ich kriege zu viel Von dieser Behinderten Steuerung Ich kann hier rüber Das geht vielleicht Mann, nicht das da Das da, Mann Ey Alter Was ist das denn für ein Witz hier Ah doch, das reicht auch schon Das reicht auch schon Hey, dann kannst du vielleicht sogar noch mehr abkürzen Ja, wahrscheinlich verkacke ich dadurch wieder Und darf das nochmal in der Mitte schieben Aber wir können natürlich auch so machen Das hier in die Ecke schieben Oh, es gibt Tricks, dir Lutscher Oh Funktioniert wahrscheinlich eh nicht Aber macht nichts Achso, ach Ich bin ein Ich bin ein Idiot Ich bin ein richtiger Idiot Das funktioniert alles Oh, ich kann doch in die Mitte Dann einfach auf das Holzding springen Oh, ich bin so dämlich Ich bin so dämlich Denk viel ja nicht nach Ja, aber faszinierend Dass man immer schon weiter denkt Dass man echt so So, ja Aber was ist, wenn das Und bla 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 Aber dann gar nicht merkt Dass man eigentlich gar nicht so weit denken muss Weil, ja, ne Ja, warum eigentlich Weiß ich nicht Was heißt Dürfte die Plattform da drin sein Genau, da wollte ich dich haben Plattform Genau, da wollte ich dich haben Aber jetzt muss ich die leider noch Dass es nicht wehtut Naja Den Wasserspringen macht ja meistens kein Bei GTA, ja Wenn man da von hoher Höhe ins Wasser springt Stirbt man Das ist voll logisch Ich meine ernst Das ist echt logisch Ich bin vom Fünfer gesprungen Das war das Maximale Was ich hatte Und das tat schon an die Füßen weh Das glaubt er mich so Ist es überhaupt dahinter Ja, ist es Oh Gott Ich hoffe nicht, dass sie da irgendwo Jetzt festklemmt Ich meine, es muss wieder hoch Das ist so behindert Wenn ich diesen Weg da hochgehen muss Weil die Treppe, die muss ja kaputt sein Die muss ja nicht mehr funktionieren Der Aufzug Nicht mal einen Aufzug haben sie hier Im Grab Mensch Was für ein Massen Massen Grab Kein Massen Grab Sondern ein massiges Grab ist das hier Ziemlich groß Naja, Pyramiden sind ja die auch Gräber, ne Also Wollen wir uns hier mal gar nicht beschweren Dagegen ist das hier, glaube ich Noch ein ziemlicher Furz Obwohl Obwohl Okay, ich habe noch nie eine Pyramide gesehen Deswegen sollte ich es vielleicht nicht Äh Ne Nicht da so erfahrungstourisch klingen Aber Man kennt es ja aus Filmen Und Bildern Na doch, eine Pyramide ist noch mal Eine ganze Ecke größer Als dieses Grab hier, glaube ich Aber so krass Wie größer dann auch nicht Naja Ich fühle uns so viel schon wieder Das ist nicht gut Dann spiele ich wieder wie so ein Noob Ja, guckt Deswegen Seht mich auch wieder Weil gerade zu weit gelaufen Seien wir nur hier hin So Immer wieder die falsche Richtung Die ich drehe Immer wieder So, Leute Drei Parts hat der Scheiß hier gebraucht Dreieinhalb Parts Jetzt können wir da hinten endlich raus Hoffentlich Nicht, dass es jetzt noch unerwartete Interferenzen gibt Das wäre nicht so geil Von Fachsprache in Umgangssprache Gerade so Interferen Äh Interferen Äh Interferen Leute, ich habe das Wort eben noch ausgesprochen Interferenzen Und dann auch zu geil Das gibt es nicht Das gibt es einfach nicht Ich wusste es Ach Gott Ganz ehrlich Spiel Lass mich doch da einfach hoch jetzt Kann doch nicht wieder euer Ernst sein Dass ihr mich da Als wir nicht hochlasst Hoppala Okay, muss irgendwie noch höher kommen Oder Ach, keine Ahnung, Alter Oh So, dann klettert es auch gleich automatisch hoch Ich kann das nicht mal schieben oder so Ah Ich kann so machen, ne So, das ist gut Dann ist es schön So lang wie es geht Von Kante zu Kante Dankeschön Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Control Point Oh, hier ist gar nichts Na, hier kann ich tauchen Okay Leute, wir sind aus dem Tempel raus Oh, schön Da Oh Da schwimme ich gleich mal eine Runde, wollte ich sagen Wow Okay Wir werden wir noch nicht mit Griechenland durch Ich dreh gleich durch Ich dreh gleich durch Habe ich gesagt Aber es ist dem Spiel egal So Ach, du Scheiße Wir werden noch weiter tauchen, wa Oh, weia Oh, weia, oh, weia Na gut, dann Get up, man Oh, weia Jetzt kommt wahrscheinlich erst der eigentliche Tempel in Anführungszeichen Sag ich doch Oh, ne Oh, ne Alter, Spiel Ich hör mal auf, so mega umfangreich zu sein So Erstmal will ich mir den Scheiß da hinten Das hab ich mir jetzt verdient Wahrscheinlich Beide Sachen, die ich nicht mal mitnehmen kann Finde ein bisschen ärgerlich Aber nicht Äh, undenkbar Und ich bin gerade mit dem Fuß gegen den Schreibtisch gekommen Ich hoffe nicht, dass man das laut gehört hat Sonst wäre es sehr schade Aber eigentlich ist es mir auch Egal So Äh Ich kenn auch mal die anderen Waffen Wow, ernsthaft Hab ich gerade das große Medikin Oh Bin ich auf den Äh So Ich kann ja mitnehmen hier Oh, kann ich gar nicht Das ist was für eine andere Waffe Mensch Sach bloß Äh Äh Jetzt hab ich Oh Mann, dieser blöde Na Xbox-Controller, Mama Ich kann keine gescheiten Steuerkreuze machen Wie Nintendo jetzt schon seit Jahren hinkriegt Äh Ach ne Die haben sich ja patentieren lassen Danke Nintendo Danke euch Haben wir jetzt Scheiß-Controller Haben wir außer bei den Wii Äh, bei, 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 bei den Nintendo Oh, ich bin zu dumm zu reden gerade Haben wir außer an den Nintendo Controller Dann keine gescheiten Steuerkreuze Ist alles Nintendo schuld So komm ich hier rein Dann natürlich nicht Wäre ja viel zu einfach Ha Witzig Okay Äh Ich muss immer Herr der Lage werden Ja Da komm ich auf keinen Fall rein Das heißt ich muss wahrscheinlich irgendwie Reintauchen oder so War so ein Spaß Na herrlich Okay da Guck mal da ist doch schon was Ist ja nicht genug unter Wasser bisher gewesen Und hier unten würde Lara vor Druck Wahrscheinlich der Kopf platzen Aber hey Macht ja nichts So Willkommen im Grab Würde ich sagen Ne doch nicht Wartei Öffnet das jetzt Die Haupttür hier Jawoll So Ich möchte jetzt einfach nur das Artefakt da drin Und keine weiteren Rätsel Das wäre super cool Wäre echt klasse Schlimm ist Andi Das wäre echt klasse Warum nölig Warum heule ich In meinen Videos eigentlich immer so viel rum Die ist Ich weiß es nicht Ich glaube es sind so Lückenfüller Nicht mal Worte Sondern Äußerungen Ich habe da irgendwas glitzern sehen Aber ich glaube da ist gar nichts Da komm wieder Cool Ich werde das machen Die lenkt dann irgendwie automatisch ein Ja Die lenke ich automatisch ein Wahrscheinlich weil ich nicht ganz gerade bin Oder so Naja Ist auch egal Komm wir gehen einfach rein Zu den Zentauren Ach ne was ist denn das Was ist also Okay Zentauren mit Ziegen Eine Mitte aus Ziegen und Pferde Schön Mein Wunsch ging in Erfüllung Der Zoffe backt ab Hier ruht der Gottkönig Theokan Einer des Dreigestirms Hüter der drei Splitter des Sion Führer der Auserwählten Der Atlantis nach dem großen Verrat Auf immer in den Fluten versinken ließ Der Zopf alter Sehen sie Instinkt kann sehr teuer sein Mademoiselle In ihrem Fall kostet er sie Beide Teile des Sion Nein Das werde ich nicht zulassen Das ist lächerlich Kein Job ist es wert dafür zu sterben Doch Das ist er Nein Oh Gerade noch so Da habe ich mich jetzt nicht Da habe ich jetzt aber Hä Ja Ja Verdient man Idiot Du Bob Das kam unerwartet Bei dieser Oh Gott Andererseits Nehmen Sie es Juhu Na dann wird es Zeit Für einen lustigen Endboss Was war Joah Trotzdem tot Mensch Oh mein Goooood Und gleich ist einfach Nicht mal Blut hier Wie langweilig ist denn das Was langweilige Spiel Alter So Ach scheiß Oh nein Äh Joah Ach so Ach so Ach da unten stand Da unten stand Was habe ich eben erst gesehen Da unten stand Die Aktion Die ich machen muss Shit Na gut Endboss ist doch Kein Problem Mann Sowas kann ich doch Locker Ach so Hin und her Muss ich Hin und her Und vor und zurück Und alles gleichzeitig Oh von denen ist einfach noch gar nichts abgezogen Ah ich muss Ich muss wieder mit B machen hier Ich weiß schon gar nicht mehr wie ich das beim ersten Boss gemacht habe Damals Ey der Typ ist ja doch voll Stunt Ich muss den mal lieber angreifen hier War So ein Tritt vorm Pferd tut echt weh Ich breche da nicht Aus Erfahrung Naja da muss man ja wie gedrückt halten Ach ich weiß es schon nicht mehr Verdammt Okay der Boss wird dann wohl eher für den nächsten Part eingesetzt sein Oh ich bin voll ins Feuer gelaufen Und vor auch selbst gelaufen Guck mal so weit ich ja auf dem Maximum bin Machen die automatisch das da Ohohoho Bäh Ich kletter hier einfach hoch Ich verpiss mich einfach Da wäre ich gleich damit bestraft Okay wie soll man den denn hier jetzt gescheit angehen Die Typis Hier verrat mir das mal Verrat mir deinen Trick Ach du bist tot Stimmt Äh Zack 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 Aber guck mal sobald die Adrenalinanzeige da voll ist Machen wir ihre Ah Okay Irgendwie habe ich es gerade wieder hingekriegt So mal nochmal Ach nee das macht dann eine Kacke hier erstmal wieder Versteigen lasst mich Ich gerne Wie er sich schon hingestellt hat Ich bin so voll verpisst Oh fies Dann gehe ich wieder Was zum Teufel Ich habe irgendwie ein bisschen Schaden Nee Ah die heilen sich wieder oder was Yo Wie impar ist das denn Äh Das ist nicht cool Wollen wir auf dieses Tasten hämmern Ne Ist echt nervig Kann man da irgendwie entkommen Ich bin auch einfach zu dämlich Ja die heilen sich wieder Auweia Na gut Improvisieren wir in dem Part nochmal ein bisschen Gucken mal ein bisschen Vielleicht finden wir die Schwäche raus Irgendwie muss man da noch ausweichen können man Das tut weh man Das tut echt weh Und ich brenne Das ist echt nicht geil Oh Tschüss Lara Voll in Zeitlupe gestorben So Hm Ja wie stellen wir das an hier Das ist echt Das ist merkwürdig Kann ich mal andere Waffen hier probieren Wird wahrscheinlich auch nichts bringen Die Anzeige Alter umgelaufen Führt wahrscheinlich auch nur die Anzeige schneller da unten Ja Nicht sehr viel sogar Klack 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 Aber Wunderschön aufgetaut bin ich So dann renne ich mal um Okay Immer Alle zwei Male Friert er mich ein Also Aua Dann spring ich mal weg Ich art Alle zwei Male Kommen sie an Und rampen mich um In der ich Die Quicktime Aktivieren kann Was aber irgendwie recht wenig bringt Hier Bam 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 Bringt nichts Ich gebe das Wasser Ha Das funktioniert sogar Herrlich Äh Wenn ich ja sterbe Oh das war Das war jetzt richtig dumm Müsste die Munition ja wieder resettet sein Deswegen probier es ja mal damit Ja was machst du denn da für eine Aktion eigentlich Was 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 hast du für ein Auftrag Und ich renne auch einfach nicht weg Macht ihm nichts Na gut Leute Dann würde ich sagen Wir finden das mal im nächsten Part raus Vielleicht Hoffentlich Wäre wünschenswert Und ja Ich lasse mich jetzt mal um Lass mich jetzt umbringen Und ich würde sagen Wir sind in der nächsten Folge Tomb Raider Anniversary Mal gucken ob wir ihn dann hinkriegen Das wäre ganz schön tatsächlich Und ich hoffe das ist gerade konstant Weil irgendwie sind die Frames gerade auf 24 gedroppt Oha Ne ist aber noch ganz konstant Okay Dann an dieser Stelle Vielen Dank für zu sehen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Oh Mann Oh Mann